Tochter kommt zur Mutter und fragt, Mama, was heißt eigentlich Gebar? Mutter fragt, wo hast du das denn schon wieder her? Tochter antwortet, steht hier im Märchen, die Königin gebar dem König einen gesunden Sohn. Mutter sagt daraufhin, ah, das heißt schenkte, sie schenkte ihm einen Sohn. Zwei Wochen später steht im Aufsatz der Tochter und zu Weihnachten gebar mir meine Mutter einen Goldhamster.